Da gehen wir sich den Flüssigstückstoff mal besorgen. Kühlmittellight? Was? Kühlmittellight? War ich da schon drin? Ja, da war ich schon. Was ist das denn? Was ist denn medica da oben? Dann machen wir voll. Oh, jedes Mal mache ich das. Ich habe gar keinen Bock, dass der Jäger wieder kommt zu mir. Okay, das ist normaler. Das ist der Spucker. Aber wenn die schon in der Nähe sind, kommt irgendwann sogar der Jäger. Mach zu den Scheiß! Okay, wir haben einen Herzinfarkt. Ich gehe wieder zurück ins Chemielabor. Da wurde der Typ ausgebrochen. Hier war der Jäger drin. Und der will uns jetzt die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Zur Kyrogenik. Da hinten haben wir eine Sperrstation. Da brauche ich Falkabee 3. Jetzt beikern wir. Jawoll. Die Munition wäre schön. Perfekt. Man wünscht sich und das kommt. Stufe 3. Stufe 3. Oh, der Raum sieht mir gar nicht. Der Raum sieht ein bisschen gefährlich aus. Oh nein. Ich habe den flüssigen Stickstoff, aber ich habe das nicht. Oh, das wird jetzt vielleicht ziemlich hässlich. Ich bin zumindest kein verdammter Mörder. Was ist das? Oh nein. Oh nein. Das Star-Sauflug hier hat sicher einen Grund. Das wird ja gleich richtig hässlich werden. Wenn sie die Dinger auf die Erde bringen, ist alles vorbei. Wenn sie die Dinger auf die Erde bringen, ist alles vorbei. Für die Ungläubigen. Die Menschheit wird vollkommen sein, Mr. Clark. Mit oder ohne sie. Aber sie haben sich wohl schon entschieden. Oh shit. Oh shit. Der ist ja hier. Der ist ja hier. Auf die Haken, keine Bewegung, wo auch immer. Noch auf den Raum. Ja, was soll ich tun? Ich hab kein Ziel. Du, werf mal da stehen. Muss ich ihn da reinlocken, oder was? Gut, dass hier so eine Aufmerksamkeit ist, kann ich ihn jetzt mal ein bisschen besänftigen und langsam machen. Muss ich ihn da reinlocken? Ah, okay, ich muss ihn da reinlocken. Ha, eingefroren und weggesaucht. Aber er hat was fallen gelassen, das will ich haben. Kurz die Stase auffüllen. Okay, sie wird versiegelt, aber seit Hammond zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich ihn nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Ja, ja, geht ja schon dabei, das habe ich ja schon. Komm, mach das auf. Wahre Gläubiger, geht drauf herhalten. Ah, Kapitel abgeschlossen, Gewebeprobe, das will ich mit. Geschichte, sehe ich noch nicht drauf herhalten. Aber alter, wie die Viecher ausschauen, alter. Gehe jetzt zur Monorailwartung. Die Monorail auf der Hydrostation ist abgeriegelt. Du musst einen anderen Weg finden. Nimm die Monorail zurück zum Hangar und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Von einem Problem zum anderen, Alter, das ist echt immer faszinierend. Gehe ich jetzt richtig oder gehe ich falsch? Gehe ich falsch, aber ich muss mal kurz speichern. Kapitel 6 haben wir jetzt, perfekt. Aber der Jäger ist noch nicht komplett tot. Werden wir nur eingefroren und weggebracht. Der kommt sicher wieder. So ein Ding werden wir sicher nicht schnell los. Moni, wichtig. Nehme ich mit. Kann ich da jetzt rein? Oder ist das ein anderer Arm? Perfekt, Moni. Mitnehmen. Okay, das ist ganz einfach ein Problem. Moni, wirklich? So, die Abbauschütze sind jetzt immer noch gesperrt, nehme ich an, jawohl, wir müssen zum Hangar. Perfekt, danke, da muss ich nicht hin. So, gehen wir zum Shop. Rubin-Halbleiter. Der fahrt Tschechama. Weg damit. Das große kann ich behalten. Da habe ich aber auch ein kleines. Okay, dann werde ich hier die kleinen eins verkaufen. So, was haben wir da im Shop frei? Knoten, was ist das? Laser-Kanone, Flammenwerfer, Ripper, Impulsgewehr, Strahlen... Ich habe die Strahlen-Mulzung gefunden, aber ist die Strahlen-Kanone. Das macht ein bisschen... Bäh. Ich werde ein bisschen Mulsion noch mitnehmen. Danke, das war's. So, wir haben die Wartung, jetzt müssen wir jetzt. Hier kommt ich sicher irgendwas entgegen. Ballzimmer, da war ich schon. Die Befestation. Oh, die sind die Babys. danke schön das darf wieder aufgeladen gehe zur hydrostation müssen die luft wieder erhöhen bzw die luft verbessern ich habe riesige masse im lebensmittellager geortet die kann man unmöglich angebaut haben könnte die quelle des giftgases sein dieser patient auf der krankenstation er sagte etwas über ein entzünd vielleicht ist noch ein arbeitsplatz in betrieb gehe zur hydrostation abgeschlossen erhalte zugung zum lebensmittellager das muss ich jetzt da hin schau mal kurz im bayer ziehen wir oben nimmt man immer wieder was medicaid braucht er nicht ich habe eh genug mit dabei immer schönes geld mitnehmen es geht nach oben dass ich immer pflanzen sehe was zum das wasser getan und schreit aber setzlinge ich habe ein ganz unselbst ach so ist eine aufnahme ich dachte schon kommst dahingehen alles ist weg alles angebaut mein team das monster bitte gehen sie bringen sie sich in sicherheit wenn ich es irgendwie töten kann wenn du das hörst ich muss es versuchen ok mal schauen ob du es geschafft hast ich glaube nicht sonst wäre ich nicht hier sonst müsste es mir die ganze scheiße geben vorrat an flüssigem stickstoff ist erschöpft kann man fett kredit sich können kann man fett kredit sich können speichern speicher stationen immer wichtig und richtig so vorrat an flüssigem stickstoff ist erschöpft moment ich will zuerst bevor ich das mache will ich da reingucken ok wo es auch immer dahin geht ich mache das andere vorrat an flüssigem stickstoff ist erschöpft entzüme werden synthetisiert ich glaube wir haben damit sicher irgendwas verärgert wo gleich irgendwas auf uns zukommt dankeschön hat es geklappt? ja ich habe das entzüm es wurde so verändert dass es etwas großes verarbeiten kann sie wollten wohl töten was da im lebensmittellager ist hoffen wir dass es funktioniert erstellt das entzüme haben wir abgeschlossen er hat zugung zum lebensmittellager ist unsere aufgabe das heißt wir müssen jetzt da rein egal was uns entgegenkommt wir sind bereit ich hoffe es das da oben sieht mir gar nicht geil aus lebt die noch? jawohl so ja so ja 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 Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dies nicht überleben wird. Und ihr Team, dass sie töten wird. Er hatte zumindest nur die Lage inaktiv. Indiziere die Keuche. Indiziere Keuche 1, 2 und 3. Plus 5 weitere mehr. Geil. Zum West-Turm. Plus Steuerung. Waffen-Upgrade. Wer damit. Rip-Upgrade. Bad Credits hier auch noch. Nice. Dankeschön. Dankeschön. Da haben wir eine Bank. Das ist auch fein. Glasenergie. Perfekt. Dann hauen wir uns mal auf die Bank. Wie viele Knoten haben wir? Drei Knoten. Eine Kino-Knoten wurde geborgen. Jawohl, das ist für die Ripper. Machen wir jetzt nicht. Machen wir den Anzug. Wenn wir beim Anzug den Sauerstoff erhöhen. Jawohl. Plasma Cutter. Da machen wir. Fügt jeden Schuss mit Zeit Brandschaden hinzu. Das ist auch nicht schlecht. Brandschaden hinzu. Machen wir das. Dankeschön. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Wollen wir die Kapazität ein bisschen höher. Und ich glaube. Eines fährt es mir noch in den Anzug rein. Und zwar werden wir die Gesundheit erhöhen. Dankeschön. Perfekt. Ich finde es so cool, dass der Gesundheitspark immer mehr und mehr steigt. Passt. Da müssen wir kurz warten. Bis will ich für dieses Zeug da angesprüht werden. Fahrgastrophe 3 brauchen wir da. Haben wir leider noch nicht. Alles mitnehmen. Aufwärts. Aufwärts. Ein bisschen durch. Anbaukammer West. Anbaukammer West. Okay. Großer Platz. Sicher mit großen Gegnern. Hier sieht man auch Feuerkanister. Also hier kommt uns sicher was entgegen. 100 pro. Wow. Also hier werden wir auf jeden Fall mit dem Viech tanzen. Das war jetzt schon mal voraus. Bis dazu werde ich noch kurz umschauen. Ja was sage ich. Da kommt schon der erste. Das war alles da. immer diese pokémon leute brennt dabei ist es gesehen dass jetzt das ist aber hässlich was ist denn mit denen habe ich dann meine ruhe jetzt endlich sicherheitsanfrage abgerufen sicherheitsdienst hier spricht Dr. Cross aus der Hydrostation irgendwas hat die Hülle beim Lebensmittellager getroffen vielleicht ein Asteroid gib Verletzte durch die Detronfation wir brauchen als Täter und Autos ah geber Ruhe freigabe bestätigt da gibt es was Energiekanone und da liegt die Energiekanone perfekt jetzt finden sie glaube ich nur noch die Strahlenkanone dann haben wir alle Waffen so ich glaube die sind eh Meier lecker dann scheiße hinten alter Ah, das sind solche Mistviecher. Aber damit kriegt man sie irgendwie los. Achso. Ich muss den ersten Keucher noch initiieren. Da muss ich da rein. Nase zu halten und durch. Was ist das? Gut zu wissen. Die Dinger kann man nicht töten. Ah, die verursachen dieses Enzym. Aua, wo kommst du her? Ah, das mit der Brand-Munik gefällt mir langsam. System-Mechaniker, wenn ich bitten darf. Aber ich suche auch nach jemandem. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan? Sie hilft auch Menschen, die Unitology verlassen wollen. Ja, meine Mutter zum Beispiel. So trafen wir uns. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die Unitologen hier mochten es nicht, wenn jemand sie infrage stellt. Und seit dem Tod des Käpt'ns sind sie durchgedreht. Ah, da hinten liegt auch was. Das kann man verhökern. So, leitende Gärtner. Leitende Gärtnerin. So, der ist auch beseitigt. Medi-Pack. Text-Log. Tschüss, weg damit. Zack, da unten haben wir auch irgendwas gesehen, oder? Ja. So viel Schotter lasse ich noch nicht hier, aber ich nehme das Medi-Pack-Groß nicht mit. Das kann ich im Lager lassen. Etage 2, zum letzten Kräucher. Mitnehmen, da hinten ist sowieso... Oh, keine Energie. Machen wir jetzt jetzt auf. Da geht es zum Kälteturm. Da ist ein Shop. Ah, ich muss eh da rein. Was ist das jetzt für ein Hampelmann? Ha! Ich brauche mich einfach auf die Arme schießen und hier nichts setzen. Bin ich hier richtig? Ah, hier ist die Tür. Ja, noch kurz zwischenspeichern, das ist immer wichtig. Jawohl. Kälteturm. Da wird sicher gleich irgendein Viech auftauchen, das sage ich euch. Knoten, wichtig. Was haben wir da? Muni, wichtig. Und... Threadcredits. Labern die Scheiße mal nach. Jawohl. Gut, dass ich mir die Brand-Muni eingepflanzt habe. Schwere Losigkeit aktiviert. Okay, hier sehe ich nichts. Oh, da sieht mir nach Spikes aus. Pokémon, da geht's weg. Fackelt lieber. Das sieht mir sehr nach Spikes aus. Ich hoffe, dass das Ding irgendwann nicht angeht. So, wo geht's denn weiter, ist die Frage. Oh, dass ich den Scheiß immer aufschießen muss. Alles. Aber da drin ist der Heim nicht. Das gucke ich von da drin an. Oder versucht es zumindest. Luftanhalten. Nein, nicht der. Toxische Gefahr, beendet. Toxische Gefahr beseitigt. Tschüss, du Arsch. Es gibt noch einen Keucher. Schöne Losigkeit aktiviert. Na, 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 na. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ich glaube, da passiert der mit Kuma, gell? Ich leute es mir zur anderen Seite. Gehen wir kurz in den Schock da rein. Okay, dankeschön. Ah, da haben wir was, das können wir verhökern. Dankeschön. Das große Melik geht durch ins Lager fetzen. Verkaufen, braunet, hier habe ich eins mit. Sauerstofftank, den lassen wir drin. Energiekanone, die haben wir hier, ins Lager, die Munition kommt auch ins Lager. Passt. So. Was sagt die Munition? Ah, das ist jetzt wenig. Ein bisschen was nachkaufen. Knoten, ich habe einen Knoten. Dann werden wir es noch kaufen, haben wir zwei Knoten, perfekt, danke. Schaut das aus. Ich muss das irgendwie hinkriegen, dass wir diesen bommelnden Scheiß dazu... Ach, da kommt seine Hände, na kommt, kommt kuscheln. So, kriegt mich am besten weg. So, ich muss da nach hinten, aber dafür muss ich da... Hört ihr das auch? Hier lebt irgendwo was. Na wo? Ah! Hat noch eine Hand gelebt. So, jetzt ist das offen. So, wir die Luft anhalten. Was? Was? Tschüss. Box gar nicht versuchen, irgendwas zu rein indizieren, aller. Dönerviech. Rotierte Fledermaus. Was ist das eigentlich? Gib den Scheiß da weg. Schmeckt die Credits. Ach, ich sage es euch Leute, ich mache hier was mit dieser Welt, aller. Keucher 5 müssen wir jetzt rein indizieren. Da ist verschlossen. Wie viele Keucher gibt es denn bitte? Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Kendra? Das ist er. Zwei Türen hinter dir. Tieren. Moment mal. Isaac. Er hat gewunken und... Sorry Isaac. Mach weiter. Nur eine Kamerastörung. Zwei Türen hinter dir. Ich hätte meinen kleinen Bruder gesehen. Verrückt, oder? Das ist nicht möglich. Wenn man denkt, das ist alles Gewebe a la Pui. Oh. Ich habe auch einen Rack gefunden. Holzrack. Oder hol... Holzrack. Oder hol... Holzrack. Das ist ein Scheißrack. Das ist ein Scheißrack. Das ist ein Scheißrack. Das ist ein Scheißrack. Okay, ich muss da weiter, aber... Ich will wissen, wo es da hingeht. Luftfilterhalle. Da ist ein Shop. Da ist es ein Speichern. Das ist gut. Oder war ich da schon drin? Na, glaube ich nicht. Ich glaube, da kommen wir nochmal hin. Ich würde es nicht wieder alles voreilen. Ich glaube, die Luftfilterhalle müssen so oder so. Jetzt fahren wir es mal da runter. Oh, ich befürchte, dass da was entgegenkommt. Oh nein, was bist du? Oh! Aua! Ich muss in diesem Matsch fernbleiben. Wo ist das schon ein Viech? Ah, ist das Biest. So, was haben wir schon mal erledigt. So, wie wurde das ein Matsch-Scheiß hier, Alter? Was ist das? Wir haben eine Schlüsselkarte entdeckt. Ich will zuerst das Tocksche weg machen, sonst dauert es mir ein bisschen zu lang. Weg, 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 weg. Da hinten brauchen wir Energie. Machen wir zuerst, dass wir diese Toxische Luft weg. Da haben wir das Ding, das Mötle Witt. Pflanzen wir da hinten auch. Schlüsselkarte für Decksysteme. Schwere Lustigkeit aktiviert. Schwere Lustigkeit ist aktiviert. Das macht das Ding also. Tschüss, hip davon. Dann lassen wir alles ein bisschen schweben. Da lebt noch irgendwas. Es ist die ganze Hintermeldrennung nach wie so ein Hund. Hey Kollege, ich hab was für dich. So, der Keuche jetzt auch. Beseitig und erledigt. Scheiß Pokémon. So, Karte Nummer 6. Es gibt immer irgendwas. In dem Fall diese Scheiß Pokémons. Ich muss mit dem Aufzug wieder rauf. Okay, dann tun wir das. Ich glaube, jetzt müssen wir die Luftfilteranlage. Aua. Welcher Honk? Wo kam der Schuss her? Scheiß Baby. Toxische Gefahr beseitigt. Schwere Lustigkeit deaktiviert. Immer diese Babys, Alter. Ah, ich hätte gerne mehr Muni. Dankeschön. Was habe ich alles mit dem Eventar außer Muni? Ja, Medikids. Ja, das passt. Passt. Jetzt gehen wir zu Luftfilter. Halle. Das sieht so reinig aus. Also, ich sag's euch. Hey, hey, hey. Das nehme ich mit. Lasst dich los, du scheiß Arm. Junge, was denkst du, wer du bist? Mist. Wir sagten, das wäre eine Reparaturmission und nicht. Was für Reparaturmission, Alter. Was für... Ich durchlebe hier alles, was ich eigentlich nicht mal durchleben will. Das wünsche ich, glaube ich, keiner. Also, ich sag's euch ehrlich, wie es ist. In der Haut von Isaac möchte ich garantiert nicht stecken. Genauso werde ich in so einer blöden Raumstation oder... Keine Ahnung, wo wäre das hin zu sein. Komm schon. Wo ist Hammond? Was macht er? Weiß nicht, wenn ich mich nicht... Hammond sitzt grad irgendwo in England in seinen... Keine Ahnung was. Esst ein Martin und gönnt sich grad ein... Tee mit Kekse, Alter. Und geht grad den Anlauf nerven. Keine Ahnung, wo Hammond ist. So, aber bevor wir hier weiter gehen... Machen wir hier einen kleinen Cut. Dann gehen wir weiter zur Luftfilteranlage. Ich hoffe, bis jetzt hat es euch gefallen. Bleibt dran. Es geht mit Part Nr. O. Ich glaube 8, glaube ich, ist es leider der nächste. Geht's dann weiter mit Dead Space. Haut rein! Ösi Prime ist raus!